Wir wissen, dass es schwer ist, die deutsche Sprache zu sprechen. Ehrenamt zur Sprachverbesserung, so der Titel eines Projektes, das heute im Mehrgenerationenhaus Blauen startete. Das Jobcenter und das Landratsamt hatten dazu arbeitslos gemeldete Migrantinnen und Migranten eingeladen, die heute mit Vertretern verschiedener Vereine erste Kontakte knüpften. Ziel soll es sein, durch eine ehrenamtliche Tätigkeit die Deutschkenntnisse zu verbessern, um damit die Chancen auf den ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. Wenn ich sehr lange draußen bin, lange keinem Beruf nachgegangen bin, merke, dass mich eigentlich der Arbeitsmarkt gar nicht möchte, dann resigniere ich irgendwie. Das ist doch auch menschlich zu verstehen, dass ich irgendwie gar nicht mehr den Mut aufbringe, irgendwo hinzugehen und dort als Bittsteller aufzutreten. Und genau wir wollen diesen Druck von den Leuten nehmen und genau deswegen machen wir das jetzt umgekehrt. Wir lassen die Vereine auf die Bürger zukommen. Sollte das Projekt den erwünschten Erfolg bringen, wird es in der Zukunft weitere Veranstaltungen dieser Art geben, so die Veranstalter. Dann könne man sich vorstellen, auch Sportvereine oder die Feuerwehr mit ins Boot zu holen.